... sich durch nichts entmutigen. Dörrfeld, Weser, Wendler oder Rentsch, Mücke, Melkus, Kasper oder Lindner, um nur einige zu nennen, waren immer wieder an den Start gegangen und das Publikum hatte ihnen die Treue gehalten. Auch für den Sachsenring begann dann eine aufregende Zeit, die Wende. Das Rennen war am 7. und 8. Juli, also wenige Tage nach dieser Währungsumstellung. Und das hat natürlich dazu geführt, dass sich viele überlegt haben, ob sie den Eintrittspreis jetzt in West bezahlen oder ob sie lieber erst mal darauf verzichten. Und damit sind nur 60.000 Zuschauer gekommen, obwohl die Rennen hochkarätig waren und international besetzt. Und natürlich sind auch die Umsätze am Ring selbst dann entsprechend bescheiden gewesen, wer hat schon zwei Mark West für eine Cola ausgegeben. Was keiner wissen konnte, es sollten die letzten Rennen auf dem traditionsreichen Kurs werden. Grund dafür waren aber nicht die fehlenden Umsätze, sondern schwere Stürze in der Stadt. Das Glück, wie in diesem Fall, hatten nicht alle. Also es war entsetzlich. Die beiden, also sowohl Rainer Tews als auch Bernhard Findeisen, sind auf die gleiche 30x30 starke Zementzaunsäule gefahren. Der eine war etwas so reichlich 100 Meter zuvor, also Tews, ins Schleudern gekommen. Und wie vom Magnet angezogen, ist er also dann auf diese Säule gefahren. Und Findeisen war auch ins Schleudern gekommen, touchierte die Hauswand und ist dann durch die Hauswand geführt worden. Und die Linie führte genau wieder auf diese Säule. An dieser Stelle, kurz vor dem Badberg, war es passiert. Zu den Augenzeugen gehörte auch ein 13-jähriger Junge aus Hohenstein-Ernsttal. Wir haben einfach da gestanden, dann kam der Krankenwagen, hat die Leute abgeholt. Und am nächsten Tag stand es erst in der Zeitung. Und da war ich davon überzeugt, dass das nicht mehr weitergeht. Weil das war direkt vor meinen Augen auch. Und da habe ich gesagt, nee, also das funktioniert so in der Stadt mit den schnellen Motorrädern. Das ist irgendwo nicht mehr ganz zeitgemäß. Nach den tödlichen Unfällen war das Urteil im Abschlussbericht klar, nie wieder Rennen auf diesem Kurs. Hier an dieser Stelle endet die Geschichte der alten 8,7 Kilometer langen Rennstrecke. Der Sachsenring war tot. Aber der Sachsenring wäre nicht der Sachsenring, wenn die Geschichte hier schon zu Ende wäre. Die Fans wollten sich mit diesem Schicksal einfach nicht abfinden. Gleich nach der Wende demonstrierten sie hier für den Sachsenring. Dazu gab es wilde Rennen an historischer Städte. Und kühne Träume von einem Motodrom. 1992 gab es einen Neubeginn. Initiator der ADAC Sachsen. Und so wurde zum Jubiläum 65 Jahre Sachsenring in Most gefahren, um das Überleben des Rennens zu sichern. Und dann ging es endlich auch auf dem Sachsenring wieder los. Der ADAC Sachsen hatte den Startschuss gegeben für einen Neubau. Mit Unterstützung des Freistaates Sachsen entstand ab 1994 an der alten Strecke ein modernes Verkehrssicherheitszentrum. Bis zur Fertigstellung im Jahr darauf erhielt die einstige Kultstätte bei Hohenstein-Ernsttal ein völlig neues Gesicht. Das war für uns alle in Hohenstein oder für 90 Prozent, außer denen, die es angeschoben haben, überraschend. Das sollte ein Verkehrssicherheitszentrum geben. Aber das hieß noch lange nicht, dass man da irgendwelche Motorradrennen drauf fahren kann. Dann sind wir im Deutschen Meisterschaftslauf schon mal drauf gefahren. Das war schon mal ganz toll hier vor der eigenen Haustür einen DM-Lauf fahren zu dürfen. Und im Jahr darauf Weltmeisterschaft, also das ist Wahnsinn gewesen. Die Wiedergeburt der Rennstrecke. Für die Fans hatte die lange Leidenszeit ein Ende. Ab 1998 trafen sich hier wieder die Besten der Welt. Rossi, Biacci, Roberts, Harada, Waldmann. Nach 26 Jahren Pause wieder WM-Läufe auf dem Sachsenring. Zu verdanken war das vor allem der einmaligen Begeisterung der Fans. Die großen Hoffnungen am Sachsenring ruhen auf einem kleinen Mann aus Hohenstein-Ernsttal. Seit 97 im WM-Geschäft will Steve Jenkner seinem Publikum diesen Wunsch erfüllen, auch wenn es gerade hier alles andere als einfach ist. Es fängt früh an, wenn ich aufstehe und möchte zu Hause schlafen. Dann brauche ich für die fünf Minuten Fahrstrecke oder 500 Meter Luftlinie ungefähr eine Dreiviertelstunde, weil ich dreimal angehalten wäre und mit einem Roller kaum durchkomme. Und das ist natürlich alles, was du auf anderen Rennstrecken nie hast. Du kannst dich früh konzentrieren auf das, was du machen willst. Aber in den fünf Jahren jetzt habe ich eigentlich ganz gut gelernt, damit umzugehen, um mich ein bisschen abzuschotten. Bis aufs Treppchen hat er es schon geschafft. Sein großes Ziel, Weltmeister werden. Irgendwelche Ziele muss man ja haben, wenn man da hinkommt und fährt dann dort. Dann ist natürlich das oberste Ziel, der Weltmeister zu werden. Das ist schon klar. Das ist jetzt immer noch so. Man merkt dann halt leider mit den Jahren, dass es sehr, sehr schwierig ist und was man alles dazu braucht und wie lange das dauern kann. Aber an dem Ziel hat sich nichts geändert. Was nach einem deutschen Sieg am Sachsenring passiert, ist angesichts dieser Begeisterung kaum vorstellbar. Fest steht nur, es wäre die Krönung einer langen und wechselvollen Geschichte. Wer hätte sich das gedacht, dass wir hier die Weltmeisterschaften, nachdem sie 1972 eigentlich vor immer von hier gebannt waren, dass wir den Weltmeisterschaftslauf wieder nach Hohenstein-Ernsttal bekommen. Und das lag ganz einfach an dieser Motorsportbegeisterung, an den Zuschauerzahlen, die an keinem anderen Flecken in Deutschland zustande kamen. Und das hat bis heute gehalten. Gott sei Dank. Untertitelung. Untertitelung. But I'll definitely come back in five years time for the 80th anniversary. Untertitelung. Untertitelung. Wir müssen halt sehen, dass jetzt wirklich nicht so viele Zwiespälde entstehen und die Leute ein bisschen an einem Strang ziehen, weil das ist eigentlich das Grundübel, was passiert, wenn auch ein Vergeltetdienst hat. Das waren 75 Jahre Renngeschichte. Vieles ist in dieser Zeit passiert. Manches hat sich auch geändert. Aber eins ist geblieben. Die Faszination Sachsenring. Und hier sehen wir uns ja auch wieder. Euer Kiko. Und hier sehen wir uns ja auch wieder. Vielen Dank.